L-Veggie-Mix getrocknetes Gemüse Die XNL-Veggie-Mix ist eine Gemüsesuppenmischung aus dehydriertem Lauch, Tomaten, Datteln und Ingwer. Nach 20 Minuten Kochzeit ist die Suppe abzusein und das gekochte Gemüse wegzuwerfen. Danach sollte nur noch die saubere Suppe verzerrt werden. Diese Suppe ist ein Ersatz für die Gizzi-Suppe, die in der ayurvedischen Medizin verwendet wird. Es wird zur Behandlung von Patienten verwendet, die sehr schwach und kalt sind. Sie ist auch bei Erkältungen wirksam. Verändere das Rezept nicht und füge keine zusätzlichen Zutaten oder Gewürze hinzu. In Europa neigen die Menschen erfahrungsgemäß zur Hitzeüberlastung, gegen die diese Suppe nicht gut ist. Wenn die Leber überhitzt, wird der Patient unruhig und sogar aggressiv. Wenn du also eine Hitzeüberlastung hast, ist diese Suppe schlecht für dich. Es ist am besten, sie auf der Grundlage einer Untersuchung durch einen Ayurveda-Spezialisten zu verwenden oder eben nicht zu verwenden.